Yo, herzlich willkommen zurück zu meinem Decent 3 Let's Play. Ja, bevor es weitergeht, ähm, ihr werdet vielleicht festgestellt haben, ich habe die Bewertung deaktiviert. Warum? Ja, kann ich euch sagen. Ähm, irgendein Typ, ich kann mir beim besten, wenn nicht, erklären, wer es sein, äh, gewesen sein soll. Können Sie uns helfen? Keine Idee? Überhaupt keine Idee? Okay, naja, jedenfalls, ähm, ich war so circa ein bis zwei Stunden, äh, ja, nicht da. Und dann gucke ich in den Videomanager und sah, dass vereinzelte Videos 16 Daumen runter haben, über 20 Daumen runter haben, ähm, das Bulletstorm-Video sogar 27 Daumen runter haben. Ja, innerhalb von ein bis zwei Stunden, wohlgemerkt. Ja, das Schlimme ist, dass es so viele Disclikes auf vereinzelte Videos ist und nicht auf mehrere Videos verteilt. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Das ist natürlich richtig schlimm für die Videos, weil die Suchfunktionen von YouTube wird das natürlich berücksichtigen. Schallfrontieren MV. Und das bei dem ersten Bulletstorm-Video. Superklasse. Ja, das hat mich ein wenig frustriert und ich weiß auch nicht, äh, wer das gewesen sein könnte. Ich bin da absolut nicht, nicht ansatzweise eine Idee. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, äh, vor allem nicht in der, äh, diesen letzten zwei Stunden irgendwie auf die Füße getreten oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, ich hab jetzt die Wertungsfunktion deaktiviert auf die Hoffnung, dass YouTube irgendwann diese blöden Dislike-Daumen mal entfernt. Und, ja, auf Facebook-mäßig, Google-Plus-mäßig, äh, nur Likes erlaubt. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Denn diese verdammten Daumen sind, äh, nur Missbrauch. Und, die, die es ähnlich meinen, schreiben zumeist keinen Kommentar. Und, sie sind einfach nur nervig. Ja, also. Vielen Dank für die Hilfe. Es tut mir leid an diejenigen, die meine Videos immer positiv bewertet haben. Wenn ihr mir irgendwie unterstützen wollt, schreibt mir Kommentare. Darüber freue ich mich sehr. Und guckt meine Werbung an. Das sind zwei Dinge, mit denen ihr mir unterstützen könnt. Aber vor allem Kommentare. Darüber freue ich mich. Na, da, da könnt ihr mir dann unter, äh, weiterhin unterstützen. Das ist immer gern gesehen. Gerade über Kommentare freue ich mich. Ja, und da ich halt jetzt in einem Netzwerk bin, und zwar TGN. Da sind die Videos monetarisiert, darum auch jetzt mit Werbung geschaltet. Ja, wer mich da unterstützen will, kann sie ansehen. Wer sie blocken möchte, darf sie blocken. Also, das ist mir scheißegal, ob ihr die blockt oder nicht blockt. Denn, das ist immerhin eure Entscheidung. So. Ja, das mal dazu, aber jetzt wollen wir mal anfangen. Nur das musste ich jetzt eben loswerden, weil das, ja, ne, mit den Dislikes, weil das hat mich echt geärgert. Und, ja. Denkt man sich doch manchmal, was ist das für eine Community, aber okay. Ja, gut. Jetzt musste ich aber völlig aus dem Konzept, hab vier Minuten rumgesappelt. Aber, ja, das war mir jetzt gerade wirklich wichtig. So. Wir müssen jetzt diesen... Vielen Dank für die Hilfe. Sei es müssen Disruptor noch irgendwo anders einsetzen. Drei Stück soll es davon geben. Ja. Wo war denn der andere jetzt nochmal gleich? So. Mal gucken, wo der überhaupt war. So. Und wo war denn der? Wo war der? Das Ding hab ich genutzt. Ey, der stampft ja auch nicht mehr. Oder? Oh, nee, doch nicht. Dann hab ich ihn ja schon. Hm. Das ging ja dafür schon mal schneller. So. Hm. Hm. So. Ja, irgendwo muss noch ein dritter sein. So. Daraus speichern. So. Wo war ich denn jetzt überhaupt noch nicht? Ähm. Ja, das ist ne gute Frage. Ähm. Ich hab grad gar keine Idee mehr. Wo war ich denn jetzt noch nicht? Vielen Dank für die Hilfe. Ach ja, zu dem Kraftfeldding. So, die kann ich glaub ich gebrauchen. Hm. Jupp. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Wo war denn das Kraftfeld? Das war doch auch hier irgendwo. Wir trotzdem erstmal den Seismischen. Da ist auf jeden Fall das Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Nein, kann ich nicht. Aber ich kann ja mal hinfliegen. So. Hi, du. Du wartest ganz schön lange. Du hast nen Gegner dahinter dir übrigens, ne? Hm. Nein. Du bleibst hier vorne. Du. Dich lass ich nicht durch. Du hast deinen Gegner bei dir. Das ist nicht so gut. Ich glaub, das lassen wir mal lieber, ne? Nein, das Problem kann ich dir nicht lösen. Da hast du nen Gegner bei dir stehen. Das ist... Nee. Da musst du allein damit fertig werden. Das ist nicht so doll. What the fuck? What the fuck? Was habt ihr denn jetzt noch? Hm. Ich find das gerade völlig falsch, ne? So ein bissl, ja. Können Sie uns helfen? Ne, ich muss das gleich nochmal laden, glaub ich. Aber ich will jetzt trotzdem mal kurz vorher wissen, was hier noch ist. Ach, hier ist der Ausgang. Gucken, hier. Ah, okay. Ich will jetzt nur mal kurz wissen, wo das weitergeht. Jetzt ganz unabhängig davon, ob ich jetzt so viel Dings verloren habe. Hm. Scheiß Ding hier. Wow. Schallfrontieren MV. Ich hab die Gesellschaft bekommen. Ach ja, du hast ja auch die Dinger da hinten noch. Vielleicht sollten wir die auch mal ausschalten. Die nerven ja tierisch, die Teile. Wow. Jetzt schießen sie aber los. Oh. Oh. Schallfrontieren MV. Ja, tu ich. Ah. Lange mach ich das nicht mehr mit, ne? Jetzt sind sie eh down. Ihr habt nix besonderes verloren. Ich würde das Level gerne abschließen jetzt, ne? Vielen Dank für die Hilfe. Ja, und ich hoffe, du laberst jetzt nie wieder rum. Das wäre wirklich sehr schön. Was war denn hier noch? War hier nicht auch so'n Ding? Oder hatte ich das schon? Boah, ich weiß das alles nicht mehr. Sogar kein Plan mehr. Ne, der Der hat noch alle. Nein. Kann ich nicht. Das kann ich dir nach wie vor nicht. Was haben wir hier? Eine Homing. Die wird dann gut angenommen. Mann, ich will endlich raus aus diesem blöden Level hier. Das ist ja furchtbar. Ich speichere das jetzt mal extra. Weil ich ja so wenig Dings habe. Was ist da oben denn noch? Ach, Concussion. Wer will die denn haben? Oh, da geht's weiter. Da sind mich Gegner, Lise. Also kannst du ja nur hier weitergehen. Noch nicht der. Wo war das Energy Center jetzt überhaupt? Das brauche ich eigentlich wohl. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Ach, das ist über dem Typen. Okay. Wo war denn das Energy Center jetzt wieder? Und da sollte ich auf jeden Fall mal hin. Weil Rauch Vielen Dank für die Hilfe. Alter, wie der immer noch labert, dass er Hilfe braucht. Obwohl die Geschütztürme jetzt weg sind. Die mich eh gekonnt, ignoriert hatten. Oh, das ist doch nicht wahr. Wo ist denn jetzt? Äh, das ist doch... Maaan. Das ist doch... wieder nicht wahr, oder? Shuttle Frontier an MV. Ich habe die Gesellschaft Shuttle an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor. Ich habe den... Ich habe das Ding gefunden. Schön. Na denn. Hm. Gut. Haben wir das auch? Dann muss ich... Hatt ich sogar markiert mit dem Ding. Haha. Ja. Schön, dass ich es auch gefallen. Tatsächlich. Ja. Das zum Thema dazu. So. Ach, Guidebots. Ähm. Ich finde das Energy Center nicht mehr wieder. Sag mal, wo das war. Ist? Oh Gott. Jetzt machst du aber eine Kurve hier. Das meinst du nicht ernst. Das meinst du nicht ernst. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Das gelöst werden muss. Können wir uns helfen? Das ist so echt. Der Guidebot will jetzt nicht im Ernst, dass ich da rausfliege in die scheiß Brühe da draußen, wo mein Schiff kaputt brennt. Nein, das meinst du nicht ernst, Guidebot. Ganz großes Kino. Wo war denn dieses verdammte Energy Center? Ich hasse dieses Level langsam. Ja, ich hasse es. Zur Hölle mit diesem Level. Ich mag es nicht mehr. Der Guidebot hilft mir mal wieder nicht, weil er mich in den Tod schicken will. Äh, das ist jetzt auch noch auf der gegnerischen Seite. Ja, Typ. Ich will mir überhaupt nicht helfen. Das Miststück. Das ist mein Afterburner auch wieder leer. Und ich fliege hier immer um den Kreis. Mach ich das nicht schön? Ich finde auch. Nö. Das ist doch nicht. Ah. Gut. Der hat immer noch sein Dings davor. Das ist halt echt ein Megamissile. Reindonnern, so wie mir. Vermutet wurde. Hm. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, erstmal will ich mein Energy Center haben. Jetzt fühlst du mich bitte nicht nach draußen, sondern da, wo ich hin will. Das wäre lieb. Wo bist du jetzt schon wieder hingeflogen? Nach oben nehme ich an. Aber nicht da, oder? Oder was? Was ist hier überhaupt? Oh, ich speicher lieber mal. Hm. Schall an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Ah. Richtig anscheinend. So, und jetzt? Wohin? Ich will Energy. 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 Nein. Nicht da rein. Hm. War jetzt ein bisschen Overkill da für den Mars-Driver zu benutzen, aber okay. Von mir aus. Aber was schickst du mich denn jetzt auch durch die Hölle jetzt wieder? Hm. Das ist noch so ein bisschen. Schall von Tieren MV. Ich habe hier Gesellschaft bekommen. Ja, super. Klasse. Ich habe echt einen tollen Ort ausgesucht. Schall an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Hm. Dolle Wurst. Hm. Ach, Guideboard. Wird es mir auch einen besseren Ort geben können, ne? Wo nicht die ganzen Gegner sind. Schall an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Wäre schon relativ cool gewesen. Oh, nee. Da ist er ja schon wieder. Was Mist ist das? Los, rein da. Oh, wieso finde ich denn das Energy Center nicht mehr wieder? Das ist doch Mist. Ist das doch... Wann muss ich das alleine suchen wieder? Ich habe gedacht, das kann ich mir jetzt schenken. Da ist extra wieder ein Part anhalten muss. Nur um das Energy Center zu finden, das ist doch nicht möglich. Wo ist denn das schon wieder? Schall Frontier an MV. Ich habe die Gesellschaft bekommen. Oh, dieses Level macht mich fertig. Hier muss es sein. Hier muss es irgendwo sein. Ich glaube, ich habe es jetzt endlich, oder? Ja, jetzt muss ich hier irgendwie runter. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns. Auf der anderen Seite. Und dann muss es eigentlich... Ach, Guidebot. Du warst mir eine riesengroße Hilfe übrigens. Also du hast mir total gut geholfen auch. Was bist du? Was habe ich da jetzt eingesammelt? Ach, Energy. Na, von mir aus. Na gut, okay. So. 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 Wo ist jetzt das Energy Center? Auf der Seite vielleicht, hoffentlich mal. Das ist ein Gegner schon wieder. So eine Gottverdammte Scheiße. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Oh, shit. Shuttle an MV. Wir haben ein Kraftfeldproblem vor uns, das gelöst werden muss. Können Sie uns helfen? Es ist doch schrecklich hier. Es muss doch möglich sein, dieses verdammte Energy Center zu finden. Das ist doch nicht wahr. 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 Jetzt bin ich hier wieder, ne? Das ist doch so. Verdammt nochmal, ey. Oh, ich habe keinen Bock mehr, ey. Ich suche das eben alleine. Ich fülle den ganzen Videopark mit dem Gesuche. Das ist doch furchtbar. So, da bin ich wieder. Ich habe es endlich gefunden. Oh, ich habe es endlich gefunden. Na, ich hätte es schon eher aufgeben sollen und schon eher außerhalb der Aufnahmen das Ding suchen sollen. Naja. Aber man denkt sich immer, man findet es schnell. Man findet es schnell und dann findest du es nicht, ne? Das ist echt so schlimm. So, jetzt den Gegner da noch pläten. Ich muss ja glaube ich auch noch versorgen. Kann das sein? Ne, der ist schon. Weil ich habe immer noch einen seismischen Disruptor. Da muss ja noch einer auch versorgt werden, wie es scheint. Oder täuscht es aber, dass ich die Romingeschützer so schlecht getötet habe, ist natürlich jetzt auch nicht so doll. Jetzt habe ich nämlich nur zwei Shield, ne? Wenn man vielleicht doch auch mal laden soll, vielleicht. Gut, also hier scheint mir jetzt alles tot zu sein, erst mal zumindestens. So. Hier ist es immer zum nächsten Missionsziel jetzt. Wenn wir weiterkommen jetzt auch mal, ne? Das wäre ja auch schon mal dufte. So. Muss man sich mal geben, wie leicht das eigentlich ist das zumindest. Und wir suchen uns und suchen uns und suchen uns zu Tode. Vor allem, wo ich noch nicht wusste, wo das Ding ist, ne? Das ist echt so bitter. Da sollen wir durch. Wie willst du mich wieder zu Gegner, die ist befördern? Ich sehe es schon. Weil da müssen wir scheinbar ja auch hin. Es lebt noch das Arschgesicht. Jetzt nicht mehr. So, und da ist noch so'n... ...Homing-Arschgesicht. So, wo ist denn der? Da ist das Homing-Arschgesicht. So. Da kommt es hervorgestürmt. Und will sterben. Das wollte echt sterben. Das hat sich überhaupt nicht gut gewehrt. Das wollte echt sterben. Ja, es steht auf sterben. Ich finde es toll zu sterben. So. Ach, jetzt ist ich auf der anderen Seite, oder? Oder wie? Oder wo? Oder was? Ach so. Hi, ich bin durch. Von wegen, das Problem muss gelöst werden. Ne? Mal selber auf die Suche gehen, wie man das Problem umgehen kann. Naja, die faulen Säcke da. Ne? Oder wie stellst du dir das vor, dass ich hier jetzt hinter bin? Wie hast du dir das vorgestellt? Wie ich das geschafft habe? Also, bestimmt nicht durch Hexerei. Okay, ich muss den Schalter drücken, das ist mir schon klar, aber... Ich wollte mich noch ein bisschen umsehen vorher. Gut, aber was habe ich jetzt davon, dass ich diese seismischen Destruktoren gemacht habe? Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt auf jeden Fall mal diese Tür hier auf. Dann lässt er mich vielleicht endlich mal in Ruhe. Bis... Ach so, das ist noch eine zweite Schalterlie. Du Mistding. Ach, kommst du jetzt auch mal endlich zu deinem Recht, ne? Jetzt stehst du vor deinem nächsten Problem. Das ist schon... Das ist schon amüsant. Na ja, du bist schon amüsant, du komisches Teil. Wisst, was ist das denn noch? Was willst du denn? Du bist zu stress. Du bist zu sterben. Oh, da war noch ein Homing-Mistalti. Ja, ne, das ist mir dann egal. Das machen wir dann das nächste Mal. Denn die Zeit ist schon wieder um. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.